Der steht auf dem Kopf. Sollte der Mist. Was soll denn der Mist? Bis sie mich mit einem Schuss töten können. Wunderbar. Jetzt wird eben richtig viel gespeichert und geladen. Fertig, aber was? Welche scheiß Runde schon nochmal spielen muss? Ne, der Poddelt ist nicht aktiv. Schiebst du in den Arsch? Munition. So, hier ist klar. Überall nicht aktiv. Jetzt muss ich den auch her. Richtig. Ich kann nicht mehr Türen ohne... Hallo? Drauf zu schießen, öffnen. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ah, lag mich. So, laden, speichern, fertig, aus. Ich mach mal diesen 2-Skill auspacken. Ah, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. All die Fresse. So, sichern. Hallo, stirbst du mal? So, chill, nehmt mal mit. Da hinten ist gar nichts mehr. So, dann da hinten noch. Ausgerechnet die Stelle, wo er beschissen ist. Ich schieße euch alle... Ah, ist zur Hölle, hast du auf mich zu... Hast du auf, zurückzuschießen? Das ist unfair. Sollte verboten werden. Bin ich strikt dagegen? Kommt übrigens, Orbit-Kugel. Dingsbums, Dinger. Kommen sie hierher. Ich glaub, ich hab einen erwischt. Die anderen 2 lassen wir einfach weiter. Fliegen. Sie fliegen. Oh, oh. Ich stehe da sehr gut, um das Ding zu bekämpfen. Braucht keine Panzerung. Panzerung ist was für Noobs. Also, Dämon braucht Panzerung, aber ich nicht. Das würde mal sterben. Ist das Ding tot? Glaube nicht. Man wird eben wieder gelagert. Mann! Ich werde auch mir so scheiße, als Spiele zu empfehlen, die ständig abstürzen. Das ist nicht lustig. Komm schon, stirbt. Das kann doch nicht wahr sein. Warum stirbst du nicht? Und warum ist mein Schiff irgendwie 10 mal so langsam wie Danny Hens? Ich hab Zeit. Was meine Zuschauer haben, ist mir scheißegal, ne? Ich muss mir den Scheiß auch nicht anschauen. Ich werde mir den Scheiß auch nicht anschauen. Das kann man auch noch ziel suchen. Was zur Hölle ist das für eine Waffe? Nicht mehr laden kann man. Das ist doch zum Kotzen. Halt die Fresse! Die sind zwei schneller geflogen. Du wirst jetzt bitte mal sterben. Ich hab Zeit! Dann laden wir eben noch mal. Ich hab auch zwei Stunden noch. Es ist abgestürzt, so was Neues! Ja, super! Ich hab gleich das beste Idiot! Lass die doch sterben! Hast du noch 20 Leben? Nö! Ach komm! Was ist das, was du da verschießt? Warum hab ich das nicht? Ne, nicht saven! Ja, ich safe und ich tot bin! Na klar! Ich hab Zeit! Jetzt stirb doch einfach mal! Das Spiel ist so scheiße! Nein! Es ist überhaupt nicht nervig, dass es ständig abstürzt! Nein! Warum sollte es denn nervig sein? Jetzt spielen wir noch ständig Neustart um die Aufnahmen, aber hey! Würdest du jetzt bitte mal sterben? Ich hab ja auch keinen Nitro, mit dem ich mal schnell aus dem Raum fliegen kann! Machen wir es mal anders! Oder auch nicht! Aaaaaaah! Was ist das? Was? Warum ich es nicht? Und warum? Ist das ein Spoilershow aktiviert? Da kommt ja noch so ein Ding! Wunderbar! Wunderbar! Ganz herrlich! Davon träum ich ja! Ich glaub einer war tot! Was ist das für ein Scheißspiel, dass es ständig abstürzt? Ich gucke jetzt bloß, ich soll das Original nehmen! Das stürzt schon ab, wenn ich es aufnehmen will! Und hat eine geschissene Auflösung! Warum auch immer! Warum auch immer! Das sind Uraltspiele! Die keine vernünftigen Ports haben, weil sie scheiße sind! Das ist doch nicht wahr! Das Problem ist, wenn ich da jetzt zurückfliege, habe ich noch so ein Vieh im Hintergrund! Und acht! Und was geht's denn noch, hm? Stirb! 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 Da bist du tot! Nein! Ah! Dieses! Was ist das für eine Waffe! Das ist so, Scheiße! Das ist doch! Das ist doch... Das ist mit einem auf mich zu töten! Ohne mich zu treffen! So, der ist schon mal weg! Ich will aber auch die Power-Ups, die da hinten drin sind! Ach ja, es datzt ja von der Wand ab. Warum auch immer. Es ist ja Logik. Die muss man nicht... Die muss nicht immer logisch sein. So, noch einer. Oh, einer bleibt noch. Das ist überhaupt nicht nervig, dass es ständig abstürzt. Nein, das finde ich total super. Wir laden dich so auf den Süd nicht ab. So, wie kriege ich den jetzt tot? Na, komm schon. Ich kriege es treffen. Komm schon, stirb. Stirb. Na also. So, wir sichern erst mal. Einer ist tot. Wir nehmen jetzt das Schild hier mit. Lass uns nicht von der Mine töten, die wir weiß, woher ich wiederkomme. Ist er jetzt schon aktiv? Ja. Da war doch noch irgendwo was gelegen. Es wäre ja nichts, was da nichts mehr ist. Da war doch eben noch was. Da. Gut, weiter geht's. Hat doch gar nicht lange gedauert. Ging doch ruckzuck. Ich trinke erst mal was. Also übrigens ein Turm. Habe ich natürlich gleich gesehen. Und jacke ich gleich mal in die Luft. So, dann geht's wieder zurück. Da kommen wahrscheinlich gleich nochmal. Zwei Milliarden Einheiten. Äh, Feinde. Feinde Einheiten, ja. Bestärkungen sind angekommen. Zwei beschissene Einheiten, die nie jemand baut, weil sie beschissen sind. So. Jetzt kann ich so, ob ich nicht Mammutpanzer-Insel brauche. Ist doch alles, was ich will. Einen schönen Mammutpanzer. Schön Raketen. Und unendlich Munition. Wo auch immer der jetzt wieder herkam. Passt schon. Er ist halt einfach mal da, ne? Ich hasse dieses Spiel. Demo will ich auch mal let's playen. Wahrscheinlich auch wieder nur auf Hard. Ja, ist halt ein Ace-Nove. Dieses scheiß Drecksding. Das nervt. Stirb. Ist es tot oder nicht? Warum muss der Bildschirm überhaupt immer weiß werden? Das nervt doch total. Und diese endlos lange Sterbesequenzen auch in manchen Spielen, das ist einfach so grauenhaft. Gar nicht nervt fühlen, dass es schon wieder abstürzt. Nein. Nein. Vielleicht. Nein. Der da vielleicht. Welche Warte. Gibt es jetzt? Der da. Nein. Der da. Mann. So. Jetzt schauen wir mal safen hier. Ja. Bewege dich. Lahme Dreckskahn. Wunderbar. Schnurre das Schiff. Wunderbar. Ist ja alles scheiße langsam. Ist ja da kaum Unterschied zwischen den Schiffen, ehrlich gesagt. Es wird irgendwas gespawnt. Ach. Noch so ein Ding. Ernsthaft. Ach ja, weil es reicht ja noch nicht. Ich habe keine Munition mehr. Ey. Ich hau ab. Na, das ist gleich falsche. Jetzt haut er ab. Bleib doch mal da. Jetzt muss ich die noch aufzuletten. Ich gehe da mal. Hm. Wir fliegen hoch. Und höher. Und sichern. Scheiß jetzt Kabel. Wie ging da nicht die Tür auf? Nein, die Tür auch gut. Alles dasselbe scheiß. Ich sollte mich mal in die richtige Richtung drehen. Ich sollte vielleicht auch mal wieder Munition bekommen. Was soll denn das? Wo ist denn der Eingang? Mensch. So verschiebt er sich einfach so. Oh, nein. Hast du die Freundlichkeit? Danke. Zu sterben. Bevor ich tot bin. Töt mir den da noch. Oh, aber komm. Wer denkt sich solche Gegner bitte schon aus? Ach, halt doch die Fresse. Macht ihn bald aus, die Stimme. Das ist jetzt gleich mal den Typen, der die ganze Zeit alabert in mein Schiff. Und dann... Kaum lädt man ein paar Mal. So, jetzt haben wir wieder den Spielstand suchen. Nein, das ist zu lang. Ist auch zu lang. Ist auch zu lang. Ist auch zu lang. Das ist auch falsch. Hä, ich kann doch nicht wieder so lang spielen. Ach, egal. Halt doch die Fresse. Ach so. Nö, 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 nö. Deine Mutter. Ah, ich seh nix. Ist das auch selten, die Dinger? Das ist doch nicht normal. Komm schon. Dreh dich, du. Ah, dieses lahme Ding dreht sich auch nicht. Ach, halt doch die Fresse. Man, 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 man. Wir laden ganz viel, speichern ganz viel, dann wird es was. Ach, jetzt. Aber das Spiel stehen bleibt. Dinger sind weg. Warum auch immer. Ach, ja. Warum schießt das Ding sich nicht mal selber ab? Hey, das Spiel ist abgestürzt. Das hat man ja heute noch nicht. Nein. Ach, so geht es eh schneller. Findet man wenigstens auch mal einen Spielstand. Okay. Hör auf, auf mich zu schießen. Mach ich doch auch nicht. Was heißt das? Ich hab schon da keine Munition mehr. Ach, komm. Brauche keine Munition. Oh, leck mich. Na also, geht doch. Scheiß Drecksding da. Und bleib tot. Ach, scheiß Turm. Ach ja, ich war zwar schon weg, aber egal. So. Die Hohe stirbt doch einfach. Ach, Mann. Ah, ja, man muss jetzt nicht wieder all. Super. Ah, dieses Kack-Headset-Kabel. Weltständig von meiner Schulter runter und stört dann voll. Ach, ja, du mich auch. Sehr schaden machen, ist doch nicht mehr normal. Mit einem Treffer. 46 Schild und 11. Hull. Das wurde. Hier ist das.